Die Reticulate ist der Punkt, an dem die verschiedenen allgedonischen Signale zusammenkommen, um sicherzustellen, dass der Organismus sich potenzieller Bedrohungen bewusst ist. Ein allgedonisches Signal ist eine verbeugende Botschaft in Bezug auf Vergnügen oder Schmerz. Wir haben das allgedonische Signal gefunden, seien Sie sich einer möglichen Bedrohung bewusst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020